Ihre Fluggesellschaften informieren. So fliegen sie entspannt. Immer wieder beschweren sich Passagiere über Service und Komfort an Bord. Doch das muss nicht sein, wenn Sie sich richtig auf Ihren Flug vorbereiten. Hier fünf Tipps. Sie fühlen sich beengt und klagen über zu wenig Platz im Flieger? Das muss wohl an Ihrer steifen Hüfte liegen. Trainieren Sie die Gelenke regelmäßig beim Flugzeug-Yoga. Optimal auf die Gegebenheiten an Bord abgestimmt. Das ist der aufwachende Kranich im Karton. Ganz einfach. Sie finden, unser hochpreisiges Essen an Bord schmeckt gewöhnungsbedürftig? Dann sollten Sie mal wieder Ihre Geschmacksnerven justieren. Beginnen Sie vier Wochen vor Abflug mit einer besonderen Kur. Dreimal am Tag Katzenfutter. Und schon schmeckt jedes Flugzeug-Essen ... ... wie ein Gerne-Mümin. Sie finden keinen Platz für Ihr Handgepäck? Dann waren Sie beim Packen nicht clever genug. Tragen Sie so viel Kleidung wie möglich am Körper. Ich friere ja auch immer so schnell. Sie wissen nicht, wie Sie die Wartezeiten an unserem geöffneten Schalter sinnvoll nutzen sollen? Dann haben Sie Ihre Reise nicht effektiv geplant. Nutzen Sie die Wartezeit, um Dinge zu tun, zu denen Sie sonst nicht kommen. Zum Beispiel Ihre Steuererklärung. Oder eine horrorschonale Zahlreinigung. Sie haben Angst, dass Sie wegen Überbuchung unsere Maschine leider wieder verlassen müssen? Dann sorgen Sie für klare Verhältnisse. Besuchen Sie einen Grundkurs in Bordboxing und schalten Sie noch andere Passagiere aus. Fünf Tipps für Ihre entspannte Flugreise.